Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars. Wir spielen auf der Map Gravity. Und wir haben Sprungkraft, weil wir auf der Map Gravity spielen. Wir springen auf der Map Gravity. Oh nein. Das ist sehr scheiße. Das coole ist, du kannst ja mal hier zwei hochbauen. Oh. Darf Michi zu uns? Dumm. Dürfen tut er es bestimmt nicht, aber er kann es auch nicht. Ich gebe mir ein bisschen Blöckchen. Wir spielen. B-ba-ba-d damp lalala. ... Scheiße! Gut, das war's mit einer ziemlich, ziemlich kleinen Runde Bedwars. Wir haben verloren und ja, in der nächsten Folge seht ihr die nächste Runde. Eine Runde nehme ich noch auf und dann mal gucken. Also nicht jetzt in dieser Folge. Die Folge ist somit quasi jetzt beendet. Spielen wir in der nächsten mit mal Super Mario. Und wir gehen ins Team Gelb. Gut, dann würde ich erstmal sagen, wir werden die alte Folge Ja, wir enden die alte Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Das ist mir ziemlich egal. Ja gut, Super Mario hat gewonnen. Dann könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen. Und tschau! Und jetzt